jo jollo und herzlich willkommen heute mal wieder zu einer runde endergames und zwar spielen wir das delphi kit wie ich es gerne nenne das pingel kit und ja ich versuche einfach mal das kit irgendwie gut in diese runde einzubringen hier ist auch relativ viel wasser und wow ich konnte die kiste dieses wort direkt sie haben wir schon mal vorteil irgendwie dieses kit gut in irgendwie gut zu verwenden diese runde kann man natürlich auch mit wassereimer und alles machen und natürlich sport hinter mir die kiste ist es schon wieder so die milch brauche ich nicht und ja ich habe mir gedacht heute mal wieder eine runde endergames weil es schon recht lang nicht verkamen und waren das letzte mal zwei wochen nähe oder ich weiß gar nicht aber auf jeden fall ist das egal denn ich werde hier alles zerstören und hier ist mal wieder kein lustiger name drin ist es wundere mich richtig und ich nehme dieses video gerade um 10 uhr morgens auf heißt gestern einfach nicht mehr geschafft haben okay jetzt bei mir in dir steht ja okay okay ich habe keinerlei rüstung es kann natürlich was werden uni kompass 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 da nämlich ist eine ok ok rüstung ist ich will direkt stress ich mache mir das mal eine hose ich hätte schon schon egal ist egal ist egal okay da wird nicht damit rechnen dass wir das sind und der leckten bis hin okay da ist wieder von er ok ok er wird der fach endergames ist manchmal so random vor mir steht so gegner auf einmal ist er weg und dann ist er 20 blöcke weiter und dann werde ich weg teleportiert das ist manchmal also manchmal bekomme ich in endergames gar nicht mehr klar bam ok den haben wir da hat gar nichts mitbekommen ok wir können uns keinen harnisch bauen das ist schade aber ok und ich werde genau das wollte ich noch sagen in den ferien werden noch locker zwei streams folgen also das werde ich dann auch ankündigen da wird ein ankündigungsvideo dann ohne da noch gar nichts alter ein ankündigungsvideo kommen melden bitte gedauern hallo oh mein gott er war hier ein bisserl auf abstaubertur alter der macht mich selber alter der macht mir voll nach normal schaue ich immer okay ich müsste das vielleicht mal weg machen dass es keine bekommt wäre das eine idee ja denn ich werde eh gleich getauscht jup aber man der labeimer hätte eigentlich schon da bleiben können das wäre schon lustig gewesen ok oh gott 24 blöcke der ist ja eigentlich neben mir er kommt nicht näher er wusste also der kämpft gerade sollen wir jetzt den abstauber machen das war eigentlich richtig viel ich habe noch was einmal jetzt bin egal so was ist das wie soll ich das verstehen auf mich wird eine ender perle geschmissen und es bohnt keiner zu mir wie soll ich das verstehen man ender games ist es macht mir keine ahnung das zieht mir immer voll runter weil ich gar kein ok weil ich einfach gar keinen plan habe was da passiert aber ich kann mir ein diahanisch machen das ist schon mal sehr stark ok aber keine ahnung schreibt mir die kontakt weil ist das normal ich habe glaube ich noch nie also ohne witz ich habe noch nie so eine runde wie jetzt also eine komplett krasse verplante runde wo ich überhaupt gar nichts kapiert sein hatte ich noch nie ok jetzt ist natürlich jetzt ein gutes darf habe ich im wasser einmal ja aber ich werde immer die eva kacken ok leider ist känguru und wir haben hier gar keine chance ok doch haben wir ok ja der richtig guten staff muss der letzten gegner ok boah ich dachte 24 blöcke aber die runde ist eigentlich eh schon relativ in der u-generation ok hallo kann ich mal die hier hätte er doch stierschuhe oder oder waren das die blauen ja ich glaube das waren die blauen schule egal dann bekommen wir keine dir boots aber ne ich habe ein tier ok hier liegt aber auch überall boah zum glück habe ich gerade noch die einmal gesetzt ok jetzt müssen wir wieder switchen was bringt mir her oh gott aber ne spalte ok das hat jetzt eigentlich gar nichts gebracht ja aber one hit ey diese runde ist schon wieder so komisch kommen wir einfach gar nicht drauf klar was mit dieser runde los ist ok letzter gegner gucken hat er denn noch irgendwas nein ok dann wird es eine klackige endergames runde aber wie gesagt es werden auf jeden fall streams folgen denn die variant sieht nur so jung ok eine woche haben wir jetzt noch und ja da werden auf jeden fall noch der ein oder andere stream folgen aber ich muss auch noch viel für das abonnenten special machen das 50.000 da arbeite ich ja immer noch dran und ja das wird auf jeden fall dann auch in der fairen nacht folgen ok da brauche ich eigentlich gar nichts von ich muss nur raus aber es ist schon wieder keine ahnung die runde die ist krass die runde ist einfach nur krass ok aber wahrscheinlich haben wir jetzt wieder irgend so ein abfucker der wieder fünf jahre im wasser gammelt aber was er kann uns ja diesmal nix ich hatte letztens voll den abfucker typen alle daktige geschrieben so und er kann man da oben ok das ist natürlich jetzt gut tja das ist der positionstausch des jahrhunderts ich habe hier eine perle ja ich frage jetzt jetzt was hat der feuer trifft hier nicht mehr schaffe ich es von hier so ne oh shit ich wollte jetzt so einen sprung ins wasser machen ok ähm nehmen wir mal tisch und nehmen wir mal tisch und ok eigentlich kann er uns jetzt nichts mehr wir haben alles da ist er auf gott er hat auch irgendeinen boost er hat auch enchanted ok den haben wir so gut wie der kommt noch nicht mehr weg vor allem weil wasser leut ok bam hey na wie geht es denn dir so hehehe hallo hallo hehehe hehehe oh man alter ist das ungeheuer kid ich kann nämlich gut sein wegen dem rückschussbogen oh man er noch nicht weg hallo oh tot hehehe man ich wollte ihn irgendwie anzünden aber er ist ja dann er hat sich irgendwie selbst umgebracht ok er lief direkt dann übrigens ist TG eigentlich auch nichts mehr zu schreiben ähm und ja ich würde sagen wir haben mit dem penguin kid wie ich es gerne nenne oh da ist er aufgeprall ähm eigentlich relativ gut rasiert ihr könnt mir in die kommentare schreiben was für ein kid ich als nächstes nehmen soll ähm weil ich finde ähm und natürlich werden auch weitere streams folgen unter 50.000 abonnenten special wird auch in den nächsten wochen irgendwann dann kommen aber es wird natürlich noch eine zeit dauern und ja wenn es euch gefallen hat lasst eine bewertung da und wir sehen uns beim nächsten video wieder ciao